Schnipst mal mit uns, Leute. Sie wollte zwei Menschen lieben und immer ehrlich sein. Keiner ist bei ihr geblieben, jetzt ist Marie allein. Es hört sich alles so perfekt an in der Theorie, sie wäre so gerne eine Polyamorie. Bei Freunden sieht sie, dass es funktionieren kann, jetzt fehlt das Vertrauen, doch irgendwann, das wird schon wieder, irgendwann, das wird schon wieder. Du wirst sehen, das wird eine harte Zeit, Marie, du musst weitermachen irgendwie, das wird schon wieder, oh, das wird schon wieder. Es ist alles ganz einfach in ihrer Fantasie, sie selbst in alle anderen schwören auf Polyamorie. Bei Freunden sieht sie, dass es funktionieren kann, jetzt fehlt noch der Mut, doch irgendwann, das wird schon wieder, irgendwann, das wird schon wieder. Du wirst sehen, das wird eine harte Zeit, Marie, du musst weitermachen irgendwie, Das wird schon wieder, oh, das wird schon wieder, irgendwann, das wird schon wieder. Das wird schon wieder, du wirst sehen, das wird eine harte Zeit, Marie, du musst weitermachen irgendwie, Das wird schon wieder, oh, das wird schon wieder. Die Eifersucht überwinden, Besitzern, Sprüche lockern, dann die richtigen Leute finden, die auf das ganze Bock haben. Marie mag ihren Masterplan und will nicht länger warten, sobald sie wieder lachen kann, wird sie die Reise starten. Es hört sich alles so perfekt an in der Theorie, sie wäre so gerne eine Polyamorie. Bei Freunden sieht sie, dass es funktionieren kann, jetzt fehlt das Vertrauen, doch irgendwann, das wird schon wieder, irgendwann, das wird schon wieder. Du wirst sehen, das wird eine harte Zeit, Marie, du musst weitermachen irgendwie, Das wird schon wieder, oh, das wird schon wieder. Irgendwann, das wird schon wieder, irgendwann, das wird schon wieder. Du wirst sehen, das wird eine harte Zeit, Marie, du musst weitermachen irgendwie, Das wird schon wieder, oh, das wird schon wieder.